Heute müssen wir wieder neuen SCP-Kreaturen entkommen, unter anderem SCP-966, der Ex-Mensch, SCP-718, das riesige Auge, und ein SCP-387, ein Legostein, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Für mehr SCP-Videos, alle mal den Like da lassen und bei 1000 Likes gibt es die nächste Folge direkt, Leute. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video bei der SCP-Foundation in Roblox. Wir befinden uns nämlich wieder bei der SCP-Foundation und ihr seht es, wait, schon wieder ein neues SCP-Monster ist erschienen. Das möchte ich jetzt erstmal nicht sehen, aber Leute, wir befinden uns gerade in einem der seitlichen Gänge, die ich bisher noch nie besucht habe und da habe ich so merkwürdige SCP-Kreaturen gesehen, es ist wirklich crazy. Unter anderem einfach so ein Legostein. Ich bin so gespannt, wie es aussehen wird mit SCP-387, aber wir haben so viele Kreaturen. Wir werden natürlich nicht nur diese drei Kreaturen besuchen, es wird noch andere geben, Leute. Die werden wir auf jeden Fall in diesem Gang uns anschauen. Ich glaube, diese fünf Kreaturen oder sechs, wir schauen mal an, wie viele wir in diesem Video schaffen. Fangen wir allerdings erstmal an mit SCP-966. Diese Kreatur habe ich schon einmal in GTA 5 gezeigt und er hat sich ein bisschen im Wasser aufgehalten, weil er so aussieht wie so ein Amphibientier, als würde der irgendwie schwimmen können. In Roblox hingegen, äh, naja, der sieht eher aus wie so ein Skelett in Minecraft irgendwie. Naja, wir gehen auf jeden Fall rein, wir schließen die Tür ab, Leute, und ihr lasst alle mal ein Sicherheitslike da, damit ihr auf jeden Fall gesichert seid, damit euch diese Kreaturen niemals... Warte mal, hört ihr das? Oh, 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 oh Gott. Bro, alles okay? Hallo? Hey, hey, alles gut, Alter? Du siehst auf jeden Fall aus wie so ein Skelett, Kollege. Okay, warte mal, ich habe eine Waffe. Wo habe ich die denn auf einmal her? Oh mein Gott! Oh, nimm das! Achtung! Aber warte mal, er ist hinter dieser gepanzerten Scheibe. Okay, Leute, meint ihr, wir könnten diese SCP-Kreatur besiegen? Ich würde sagen, öffnen wir die Tür und... Achtung! Wir machen ihn fertig! Oh mein Gott! Headshots! Hilfe, 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 Hilfe! Oh nein, nein! Nachladen! Wie nahe ich nach? Wie nahe ich nach? Ich muss nachladen. Okay, ich habe nachgeladen. Alter, wir könnten ihn besiegen, Leute. Wir könnten ihn besiegen. Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Komm schon, komm schon! Oh mein Gott, Alter, wir haben bald die SCP-Kreatur besiegt. Na los! Oh nein, schon wieder nachladen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ich bin in einer anderen SCP-Kreatur drin. Das ist in die falsche Tür. Na los! Zack! Yeah! Ja, Mann! Ich glaube, ich durfte das gar... Warum habe ich gerade Schaden genommen? Ich durfte das, glaube ich, gar nicht, dass ich diese SCP-Kreatur besiege. Aber ich habe es trotzdem gemacht, Leute. Und... Was? Er ist einfach wieder da? Nein, 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 nein. Okay, Kollegen. Ich glaube, die SCP-Kreatur haben wir erst mal noch hinter uns gelassen. Also, na gut. Dann haben wir ihn auf jeden Fall gehabt. Aber wir haben noch eine andere. Und zwar eine SCP-310. Objektklasse sicher. Es ist eine Kerze. Und aus irgendeinem Grund steht hier Self-Ramig... Neglet oder so. Warte mal, wir haben mehrere Waffen. Warte, seht ihr das? Ich habe auf jeden Fall zwei verschiedene Waffen. Okay, wir gehen hier rein, Leute. Und schauen uns mal an. Da gucken wir mal nach, Leute. Wir haben auf jeden Fall Kerzen. Kann man die anzünden? Okay, irgendwie, Leute. Macht die gar nichts. Die Kerze ist einfach nur da. Wait. Ich kann durch die Decke sehen. Yo, guck dich mal an, wie riesig diese SCP-Foundation ist. Okay, ähm... Die unnötigste SCP-Kreatur, die ich wohl je gesehen habe. Einfach eine Kerze? Ich weiß nicht, wie eine Kerze eine SCP-Kreatur sein kann. Und die macht auch gar nichts. Also, ich bin mir sicher, das ist wahrscheinlich ein Prank oder so. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, yo, Kerzen sind gefährlich wegen Feuer und so. Und deswegen ist es eine SCP-Kreatur. Keine Ahnung. SCP-310, langweiligste SCP-Kreatur, die ich jemals gesehen habe. Aber das ist natürlich nicht... Okay, das gucken wir uns gleich mal an, Leute. Das ist natürlich irgendwie die langweiligste Kreatur. Aber wird das vielleicht noch langweiliger werden? SCP-387. Ein Lego-Stein. Die Klasse ist angeblich sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil die Lego-Steine sind natürlich ziemlich gefährlich. Ihr kennt das ja, wenn ihr mit einem Fuß, mit einem Barfuß auf Lego-Steinen drauf tritt. Oh mein Gott. Schlimmster Schmerz ever. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall rein und... Ja, Mann. Lego. Oh mein Gott, Alter. Wie cool ist das denn, Alter? Ja, Mann. Okay. Ist das alles... By the way. Ich glaube, Lego wird mich gleich abmahnen. Das sind ja gar keine Lego-Steine. Die sind auch viel zu groß dafür. Das sind eher Duplo XXL. Oder eher... Naja. Ich weiß nicht. Sieht eher aus wie das Windows-Logo, oder? Sieht halt wirklich aus wie das Windows-Logo. Ach hier. Das sieht aus, Leute, wie Windows 11. Okay. Okay, Leute. Ich muss sagen... Ich hätte nicht gedacht, dass es noch eine langweilige Kreatur gibt als die Kerze. Aber irgendwie scheint der Lego-SCP auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei zu sein. Wir schauen mal, was wir hier haben. Es muss ja natürlich noch richtig, richtig krasse Kreaturen geben. Wie zum Beispiel SCP-718-Objektklasse-Keter. Das ist das Riesenauge. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal in einen eigenen Raum teleportiert werden. Es sieht aber nicht so aus. Warte mal. Okay, das könnte gruselig werden. Schauen wir uns mal die an, Leute. Wir haben auf jeden Fall drei Augen am Spieß. Hm. Lecker. Wie so ein Lollipop. Sieht aus wie so ein Chupa-Chups. Okay, Leute. Ich will mich nur absichern. Nur absichern, dass hier nichts ist. Okay, vorsichtig gehen wir rein. Hier wurde nicht gesagt, dass die sicher sind. Hallo. Ich habe ein eigenes Auge jetzt auf mir drauf. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein riesiger Ping-Pong-Ball. Na los. Alter, komm schon. Da ist es jetzt permanent. Habe ich jetzt permanent diesen, äh, ja, dieses Auge auf meinem Körper? Ich will das nicht haben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Leute. Wie viele es... Okay, ich bin jetzt wirklich die ganze Zeit dieses Auge. Wie sieht das in First Person aus? Man sieht gar nichts. Wow. Was für eine merkwürdige SCP-Kreatur. Einfach nur ein Auge. Bin ich jetzt eigentlich auch eine SCP-Kreatur, jetzt wo ich dieses Auge habe? Äh, ich glaube schon. Oder Leute, ich beobachte euch. Habt ihr schon ein Like da gelassen? Ich sehe, dass ihr es noch nicht getan habt. Okay, wir haben jetzt eine unbekannte SCP-Kreatur als nächstes. Und zwar ist das eine Art Tür. Oh. Okay, gut, dass ich hier zugemacht habe. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Riesenbohrer. Oh mein Gott. Oh nein. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Im Damage. Oh mein Gott. Warte mal. Kann ich ihn besiegen? Ich versuch's. Ich versuch's. Na los. Zack, 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 zack. Alter, er bohrt mich fest. Nein. Oh mein Gott. Ich bin wieder zurück, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber, warte mal, was haben wir hier? SCP-1000. Bigfoot? Warte, da muss ich rein, Leute. Ähm. Ich glaube, den behalten wir uns für den nächsten Part auf. Wir gehen mal lieber woanders hin. Kein Bock auf diese SCPs. Für lieber. Yo, das ist es. SCP-3812. Keine Ahnung, was er ist. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. Aber es ist das erste Portal, das wir betreten. Und deswegen gehen wir rein. Oh Gott, das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Wo bin ich? Leute. Warte, wo, bitteschön, bin ich? Ich bin einfach im Nichts gefangen. Ich bin einfach im Gar-Nichts gefangen. Oh nein. Was ist das? Das ist ja wie das Ikea-SCP. Ich hoffe nicht, dass ich attackiert werde von jemandem gleich. Warte, ist es Bigfoot? Da ist irgendwas in der... Da ist eine Insel. Da ist Wasser. Da ist eine Insel. Das können wir unbedingt abchecken. Schauen wir uns mal genauer um, was wir hier alles finden. Okay, es sieht so aus, als wäre der Bigfoot im Eis eingefroren. Gucken wir mal nach. Kann ich das Wasser berühren? Ja, ich kann. Oh mein Gott. Leute, alle mal ein Abo da lassen. Freunde, ich muss mich da jetzt hintrauen. Diese Kreatur da hinten. Da ist was Blaues in diesem Eis. Da versuchen wir jetzt reinzugehen. Okay. Drei. Zwei. Eins. Oh. Ich werde verfolgt von diesem riesigen Eisblock. Ich werde verfolgt. Alter, was macht der von Geräusch? Okay. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Was bist du? Oh Gott, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Das war doch ein Fehler. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte das nicht. Oh ja. Ich schaff's. Aber ich bin im Entkommen. Boah, Alter. Junge. Was hat der da für ein Geräusch gerade von sich gegeben? Das ist einfach ein Eisblock mit einem Menschen da drinnen. Aber er bewegt sich gerade nicht. Ihr seht's. Vielleicht kann man ins Innere von diesem Teil gehen. Vielleicht ist das ein Schatz oder irgendwas. Nee, also ich sehe hier gar nichts, Leute. Scheint wohl irgendwie, hm, mysteriös und komplex zu sein. Na los, Kollege. Mach mir Damage. Was? Was kannst du faseln? Oh. Oh. Oh nein. Okay, komm. Oh. Oh nein. Oh Gott. Das war doch keine gute Idee. Oh. Oh. Der teleportiert mich einfach ins Nichts. Was hat der gemacht? Ich bin einfach. Wo bin ich? Ich bin wieder bei der SCP Foundation. Oh. Oh. SCP-096. Kann ich ihn irgendwie angreifen? Habe ich irgendwelche Waffen? Ich würde ihn gerne besiegen. Oh nein. Hallo, Mister. Geht's Ihnen gut? Alles bei Ihnen fresh? Alles super? Alles frisch im Schritt? Nee. Alles nicht frisch im Schritt. Es ist alles funny frisch. Wahrscheinlich. Gucken wir mal nach, ob wir uns in einer anderen SCP-Kreatur hier wohl verstecken können. Wir schauen mal nach. Der ist direkt da. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich halte mich lieber fern. Der Ikea-SCP ist auch sehr cool. Aber nein, danke. Was ist das? Ich gehe hier rein. Ich weiß nicht, was das für eine SCP-Kreatur ist, aber ich bin hier weg. Es ist ein Buch. Es ist einfach ein Buch. Zeit zu lesen, Leute. Von Anbeginn der Zeit war es sehr langweilig. Dieses Buch ist sehr langweilig. Hä? Warte mal kurz. Er hat genau das gesagt, was ich gesagt will. Okay, ich will schlafen. War ich nicht hier schon mal in diesem SCP drin, ne? Oh mein Gott. Das ist der gruseligste Raum überhaupt. Hier gibt es ja alle möglichen Kreaturen. Na gut, was haben wir hier? Es ist ein Tropfen. Okay. Was soll schon schieflaufen? Ich habe nicht mal die SCP-Nummer mir gemerkt. Was soll schon schieflaufen? Der sieht ja gruselig aus. Okay. Kann man hier rein? Okay, man kann ihn von hier aus beobachten. Ich lasse mal die Tür auf für den Fall, dass ich entkommen will. Hallöchen. Alles gut bei dir? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Tür abschließen. Tür abschließen. Tür abschließen. Ähm. Ist gleich da. Hallo. Alles gut? King Boo. King Boo. Boo. Oh nein, 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 nein. Ah. Oh Gott. Jetzt jagt er mich. Jetzt jagt er mich. Jetzt jagt er mich. Ich kann mich nicht verteidigen, Leute. Da ist was passiert. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist das Freddy Fazbear? Oi, oi. Was? Schloss von Lolo Buchu. Was ist denn das für eine Kreatur, Leute? Wir haben hier gefühlt acht SCPs in diesem Video. Wow. Na gut. Okay. Ähm. Was ist das für ein Geräusch? Ich will es wissen. Ich will es wissen. Oh. 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 So bin ich hier. Ein gruseliges Geräusch. Dann gucken wir mal nach. Was ist das für eine Kreatur? Ist das für eine Kreatur? Oh. Ich will den Adlerschutz nicht. Er leuchtet gelb. Okay. Ist das ein Segen? Ich glaube, der... Das ist ein Segen. Hey. Hey, Mr. Adler. Was gibst du mir... Oh. Ich bin jetzt im Adler drin. Wow. Oh. Ich bin oben drauf. Let's go. Ich bin der König der Adler-Pyramide. Yeah, Mann. Und da hinten ist noch einer. Sehe ich gerade. Ach, nee. Sorry. Aber auf den möchte ich jetzt nicht da hinzulaufen. Leute. Ich würde aber an der Stelle sagen, das war es von dieser knackigen Episode. In der nächsten Episode gibt es wieder eine Special-Kreatur. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, mit Siren Head, Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eidys raus, haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.